Das ist positiv überraschend, wie viele Menschen sich am Sonntagnachmittag in Wien für neuere österreichische Geschichte interessieren. Aber das liegt wahrscheinlich am Mann, der mir gegenüber sitzt. Er hat den Vornamen Wolfgang, ist in den 50er Jahren in Weidhofen an der Uebs geboren, hat Geschichte studiert und kümmert sich um die Sicherung unserer Daten. Und ich freue mich aber trotzdem, dass es der Wolfgang ist, Wolfgang Mardertaner, und nicht der andere mit ähnlichen biografischen Parallelen. Denn ich interessiere mich für dieses Thema ebenso wie Sie alle hier. Herr Professor Mardertaner, Sie leiten das Staatsarchiv, das das sozusagen materielle oder dokumentarische Erbe unserer Republik verwaltet. Dazu gehört auch, es sind zwei Standorte, einer im dritten Bezirk in Simmering und der andere das Haus, Hof und Staatsarchiv, das die Habsburger Zeit dokumentarisch verwaltet am Ballhausplatz. Zumindest ein Beispiel von einem Erbe, das die Revolution, die Revolution mit Fragezeichen von 1918, 1919 relativ unbeschadet überstanden hat. Nehme ich zumindest an, aber da wissen Sie mehr davon, was am Dokumentenerbe des Habsburger Reiches verloren gegangen ist in diesen Tagen. Zu Beginn möchte ich Sie bitten, mit uns eine Zeitreise zu machen in diese bedeutenden Tage des Herbstes 1918 und zu skizzieren, wenn wir jetzt sozusagen alle die Augen schließen würden und hinaus auf den Karlsplatz wandern würden, was wir vor Augen hätten und was schlussendlich zum Ende eines 400-500-jährigen Reichs geführt hat. Danke für die sehr freundliche Vorstellung. Einen schönen guten Nachmittag zu wünschen. Gleich in das Thema einzusteigen. 1526 gelingt es den Habsburgern, Österreich, Ungarn und Böhmen zu vereinigen in einem mehr oder weniger zentralistischen Staat. Ein mitteleuropäisches Staatenkonstrukt, das bei Zeiten fast globale Dominanz einnimmt, ab Ende des 18. Jahrhunderts wieder eine von fünf, eine von vier europäischen Großmächten darstellt, mit sehr, sehr starker Konzentration auf die Stammlande, also auf Innerösterreich, auf Böhmen, auf Ungarn. Und dieses Weltreich, dieses einzigartige übernationale Staatenkonstrukt zerfällt, innert vier Tagen. Dieses 400-jährige Reich bricht in vier Tagen von 28. Oktober bis zum 1. November 1918 einfach auseinander. Das Erstaunliche und das Einzigartige und das wirklich eigentlich Unfassbare ist, dass die bewaffnete Macht, die in Italien noch im Krieg steht, die in Italien durchaus in der Offensive ist, die militärisch nicht geschlagen ist, dass die bewaffnete Macht, ja, der Ausdruck fällt mir schwer, aber einfach zerfällt, sich auflöst. Die Soldaten beginnen simpel und einfach keine Befehle mehr zu befolgen. Sie stehen aus, aus den Schützengräben und fahren nach Hause, beschlagnahmen, requirieren, Züge gehen zu Fuß in einer unglaublichen, in der Kriegsgeschichte eigentlich einzigartigen Auflehnung, die still ist, die nicht revolutionär ist, die einfach Verweigerung darstellt, eine kollektive Verweigerung. Man hat sowas versucht zu erklären, versucht zu beschreiben. Sigmund Freud versucht es seit 1915 zu erklären, was ist diese militärische Zucht, was ist die militärische Disziplin, wieso gelingt es einem Zwangsapparat, Millionen von Menschen in einen industrialisierten Massenkrieg zu führen, der alles in den Schatten stellt. Was bisher an Wahnsinnigkeiten und Grausamkeiten jemals passiert ist. Und das hält viereinhalb Jahre, bis sich die Massen der Soldaten erheben und einfach eben nach Hause gehen. Und dann spielt sich in den vier Tagen Gewaltiges ab. Die militärische Niederlage geht in die politische Revolution über. Und ich bin einer der Historiker, die das sehr wohl für eine Revolution halten, halten müssen. Den Zusammenbruch eines derartigen Machtverbandes binnen so kurzer Zeit. Sie ist nicht in eine soziale Revolution übergeschlagen, aber das ist vielleicht ein Punkt, den wir später besprechen wollen und sollen. Am 30. Oktober gibt es eine gewaltige Demonstration in Wien. Der Staatsrat, der sich binnen kürzester Zeit konstituiert und der von Karl Renner und von Karl Seitz, dem späteren Wiener Bürgermeister, dominiert wird, dieser Staatsrat legt vor ein, auch nicht ein Gesetz, ein Papier über die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt. Und das ist eine erste professorische republikanische Verfassung. Und ab diesem Zeitpunkt geht es eigentlich Schritt für Schritt in einer ungeheuren Dichte und Schnelligkeit. Für die Menschen in der Stadt und jene außerhalb dieser Stadt, in diesem Restösterreich, wie es dann auch genannt wurde, war das so nachvollziehbar, was da passierte oder musste man sich um anderes kümmern? Schauen wir vielleicht kurz auch in die soziale Dimension. Wien machte 1918 eine enorme Hungersnot durch. Die Versorgungslage war sehr dramatisch. Wie können wir das in Zahlen fassen oder etwas begreifbarer machen, wie die Lebensrealität der normalen Menschen zu diesem Zeitpunkt ausgeschaut hat? Wir haben das Feuilleton angesehen, dass es zu dieser Zeit in der Neuen Freien Presse, vor allem im Neuen Wiener Journal und in ähnlichen Presseproduktionen, die immer noch erscheinen und die durchgängig erscheinen, ist eigentlich auch ein Wunder angesehen. Und eine Metapher ist immer wieder, kommt immer wieder, egal welche weltanschauliche Ausrichtung das jeweilige Presseprodukt, das jeweilige Journal hat, eine Metapher kommt immer wieder und das ist die Metapher vom kranken Riesenleib der Stadt, der von Fieberschüben geschüttelt wird. Es ist immer diese Fiebermetapher. Nun ist es nicht nur eine Metapher, Europa wird zu diesem Zeitpunkt nach diesem fatalen und wirklich sozusagen an die Substanz des Kontinenz greifenden Krieg, Europa wird von der spanischen Grippe heimgesucht. Man muss sich vorstellen, dass das eine, naja, unter Anführungszeichen Seuche ist, die mehr Tote fordert als der gesamte Krieg, nämlich geschätzte 50 Millionen. In Österreich ist es ein Viktor Adler, es ist ein Otto Wagner, prominenter Schiele und ähnliche Todesfälle, aber die fatalen Auswirkungen der spanischen Grippe sind geradezu ungeheuerlich. So, das ist der Hintergrund, übersetzt sich in den Metaphern der Fötonisten, es ist eine Fieberglot, die nicht nur die Einzelnen, sondern die gesamte Stadt ergreift und wie eine rote Fahne, wie glühendes Fieber eben hochschlägt und aus hunderttausenden Kehlen erschallt ein Ruf und der Ruf heißt Revolution. Karl Mariland, der damals auf der äußersten Linken im politischen Spektrum zu finden ist, nachher heißt in der Zeit von 1933 bis 1938 ein quasi Staatsschreiber des Austrofaschismus wird und dann von den Nazis umgebracht wird. Karl Mariland schreibt, er weiß jetzt auch, wo die Revolution zu verorten ist, in jenen furchtbaren Schmelztiegeln, wo hunderttausende Arme daran sind, eine neue Menschheit zu erschaffen. Und dann das wörtliche Zitat heißt, Revolutionen bereiten sich immer in irgendeinem Favoriten oder Otterkring vor. Und das ist so der Denauer. Ich wollte, Entschuldigung, ich wollte nur eins gesagt haben, das ist, glaube ich, für die Argumentation nicht ganz unwesentlich. Wien war seit der Zeit Mark Aurels durchgängig, eine der wohlhabendsten, reichsten, wichtigsten Metropolen. Dieses Kontinents Wien ist eine reiche Stadt. Das hat früher mal mit dem Weinhandel zu tun gehabt. Das hat ab dem 18. Jahrhundert mit der beginnenden Industrialisierung zu tun. Das hat mit der geopolitischen Lage Wien als ein Handelszentrum in Richtung Südosten Europas zu tun. Also Wien ist extrem wohlhabend immer gewesen und eine glänzende Metropole. Dies ist nach den vier Jahren des Ersten Weltkrieges nicht mehr der Fall. Also allgemein setzt sich durch die Metapher von der sterbenden Stadt. Allgemein spricht man davon, dass es eine unglaubliche und unfassbare Wohnungsknappheit gibt. Allgemein geht man davon aus, dass es die sogenannte Wiener Krankheit, die DPC, mehr Opfer gefordert hat als jede Pestepidemie im Mittelalter. Allgemein geht man davon aus, dass die Wiener Kinder zu 80 bis 85 Prozent schwerst unterernährt sind. Das ist alles eine Entwicklung der Jahre 1916, 1917 und 1918. Also die soziale Dimension als eine der Sargnägel dieses Vielvölkerstaats. Wo sind denn die anderen Nägel zu finden, die dann am Schluss diese sehr beschleunigte Veränderung mit sich brachte? Ist es zu suchen in den 14 Punkten Wilsons? Ich erinnere Sie, am 8.01.1918 deklarierte der amerikanische Präsident Woodrow Wilson 14 Punkte zur Zukunft Europas. Eine davon, ich zitiere, den Völkern Österreich-Ungarns sei ein Platz unter den Nationen zu geben, was so viel heißt wie jedes der Völker. Ihm in Österreich-Ungarn hat das Anrecht, auch eine Nation zu werden. Dann war es, und da gehen wir noch ein wenig zurück, die Opposition im eigenen Lande, die sich vielleicht zeigte durch das Attentat Adlers an damaligen Regierungschef Graf Stürk 1916 und dann das Gerichtsverfahren, das sich ja auch einiges an Aufsehen erregt hat. Oder waren es die revolutionären Töne, die man aus der dann schon sowjetenden oder werdenden Sowjetunion vernehmen konnte? In dieser Frage waren jetzt viele Antworten drinnen. Ich versuche es so punktweise, die 14 Punkte Wilsons ist ja etwas, was sozusagen ins ewige Gedächtnis der Menschheit eingegangen ist. Und ich kann mich erinnern, also in meinem Geschichtsunterricht in der Mittelschule haben wir diese 14 Punkte auswendig aufzusagen vermocht, das könnte ich heute nicht mehr. Es ist in der Tat so, dass diese 14 Punkte das Gesicht Europas im 20. Jahrhundert ganz wesentlich geprägt haben, auch die revanchistischen Nachfolgekriege, wie man sagen muss. Österreich-Ungarn hat für die Entente, hat für die Westmächte, hat für die traditionellen Demokratien Westeuropas, also natürlich für Frankreich und Großbritannien ganz wesentlich, einen historischen Sinn gehabt, nämlich die slawischen Völker des Balkans und Osteuropas in seinem Herrschaftsverband zu vereinen und vom russischen Einfluss fernzuhalten. Das war der historische Sinn dieses Vielvölkerstaates für die westlichen Demokratien. Mit dem Zwangs- und Sonderfrieden von Brest-Litovsk, mit den Sonderverhandlungen, die Kau mit Frankreich geführt hat oder zu führen versuchte, die russische Revolution, die Februarrevolution im Besonderen, aber dann natürlich die Oktoberrevolution, all diese Faktoren führen dazu, dass dieser historische Sinn mit einem Schlag verloren geht und die 14 Punkte, das heißt also konkret auch die Zerschlagung der Habsburger Monarchie, das Kriegsziel der Alliierten wird. Dieses Kriegsziel gibt es bis 1917 nicht, ob dann gibt es es sehr wohl. Eigenstaatlichkeit der slawischen Nationen, ich denke, das ist ein zentraler und wesentlicher Punkt für das gesamte Folgende 20. Jahrhundert. Man kann diesen 14 Punktenwesen aber nicht nur sozusagen einen quasi reaktionären Status zuweisen, weil es ist eine der wesentlichen Forderungen des Jännerstreiks 1918, der größten Streikbewegung, die jemals auf österreichischem Boden stattgefunden hat mit 350.000 Beteiligten in der Rüstungsindustrie. Einer der wesentlichen Forderungspunkte der Streikenden ist die sofortige Umsetzung der 14 Punkte Wilsons. Also das ist 1918 schon sehr weit ins allgemeine Bewusstsein gedrungen. Zweite Geschichte, wir haben uns irrsinnig lang und oft und sehr, sehr widersprüchlich mit dem Attentat Fritz Adlers auf Graf Stürk auseinandergesetzt, weil ein Attentat ist ein Mord und ein Mord bleibt ein Mord, der allerdings im Zusammenhang der sozialen Rebellion des Ersten Weltkrieges im Hinterland eine ganz besondere Bedeutung gewinnt. Und ich denke, ich kann noch ganz kurz auf dieses Attentat eingehen, weil es natürlich schon immer wieder in den großen Auseinandersetzungen, in den spontanen Streiks, in den Massenbewegungen des Jahres 1918 als zentrale Forderung auftaucht. Sofortiger Friedensschluss, ohne Gebietsgewinn, ohne weitere Forderungen und Freilassung Fritz Adlers als Metapher für sozusagen eine demokratisch-republikanische Orientierung. Fritz Adler ist der Sohn des sozialdemokratischen Parteigründers Viktor Adler. Viktor Adler, der selbst ein ganz starkes Bohemian-Leben gelebt hat, völlig abgehoben von finanziellen Ebenen, also das, was er von seinen Eltern als doch sehr bedeutendes Vermögen erbt, und er investiert in Zeitungsgründungen, unter anderem der Arbeiterzeitung, Wochenzeitung namens Gleichheit und ähnliche Dinge. Er möchte einfach, dass sein jüngerer Sohn, nachdem sein älterer Sohn bereits Schriftsteller geworden ist, dass sein jüngerer Sohn was Ordentliches lernt, jedenfalls nicht Politiker wird, und Fritz Adler wird als einer der wesentlichen Schüler Ernst-Machs-Physiker, ganz starker Neopositivist und habilitiert sich in Zürich. Und in Zürich bewirbt er sich dann auch um eine Professur, tritt allerdings im letzten Moment von der Bewerbung zurück, als er von einem Mitbewerber namens Albert Einstein erfährt. Und Einstein hat ihm das sein ganzes Leben lang nicht vergessen, also auch in der Zeit nach 1940, wo es für Friedrich Adler also besonders gefährlich geworden ist, wird das Exil in den USA von Einstein sozusagen organisiert. Und Einstein wird auch an das Gericht schreiben, schreiben an das Sondergericht, das den Fall Fritz Adler verhandelt. Er möge doch als Zeuge gehört werden, weil es gelte doch wohl auch über die Persönlichkeit des Attentäters, also entsprechend Licht zu verbreiten. Fritz Adler entschließt sich zum individuellen Terrorakt und das ist etwas, was in der Geschichte nicht nur der österreichischen Arbeiterbewegung völlig fremd ist und man kann es sich auch nicht anders erklären. Und die ersten Reaktionen sind die, also blanken Entsetzens. Er muss offensichtlich irgendwie an seiner Persönlichkeit, an den Widersprüchen seiner Persönlichkeit gescheitert sein und er muss also offensichtlich irre geworden sein. Es kann nicht anders sein als die Tat eines Wahnsinnigen. Das ist auch quasi offizielle Parteilinie und Viktor Adler macht etwas ganz Erstaunliches. Er stellt ein Dossier zusammen über seine eigene Familie. Er kontaktiert nach langen Jahren wieder seinen Jugendfreund Sigmund Freud und sozusagen entwickelt ein Panoramabild der Familie Adler und der Familie Braun, der Familie seiner Frau, ungarische Juden. Und es ist einer der spannendsten Texte zur neuen Geschichte Österreichs, die man lesen kann. Adler kommt zum Schluss, es ist eine höchstbegabte Familie. Beide Stränge der Familie sind höchstbegabt, aber erschöpft. Das heißt sozusagen, dass der eine oder andere Spross dann doch auch nicht ganz geistig gesund sein kann. Sagt er dann über seinen eigenen Sohn. Sagt er über seinen eigenen Sohn mit einer klaren Strategie, nämlich jener der Lebensrettung, denn wenn er nicht verantwortlich gemacht werden kann für die Tat, dann ist das notwendigerweise zu fällen, der Todesurteil nicht zu vollstrecken. Und das war der Hintergrund. Das ist ja dann auch gelungen, oder? Das ist ja dann auch gelungen, oder? Weil das Gutachten, das psychiatrische Gutachten der Fakultät, der Wiener Fakultät, dass der Wagner Jaurek zeichnet, eben genau diese Argumentation, Viktor Adlers zu 90 Prozent wortwörtlich übernimmt. Und zum Schluss sagt er, Vorsicht, der Fanatiker, und das ist ja zweifellos sozusagen, ist nur ein Ausdruck dieser Geisteshaltung und der ist auf jeden Fall für seine Tat verantwortlich zu machen. Aber das war sozusagen eines, Sie haben ja diese Geschichte jetzt ausgeführt in einer spannenden Vernetzung auch mit Persönlichkeiten wie Einstein, Jaurek etc., weil es als Referenzpunkt diente für einen Widerstand und revolutionäre Bewegungen. Auf eine Sache, auf die Sie noch nicht eingegangen sind, die mich nur interessieren würde, wäre die Wirkung der Revolution in Russland auf Österreich. Die Sozialdemokratie hat sich ja da zum Teil anders verhalten und auch versucht abzugrenzen. Zum anderen muss man sich auch noch in Erinnerung rufen, dass die österreichische Sozialdemokratie, so wie die anderen Mainstream-Parteien oder Bewegungen im Jahr 1914 für das Kaiserreich und auch den militärischen Konflikt waren und sozusagen als Patrioten aufgetreten sind, wie Sie in unserem Vorgespräch auch erwähnt haben, wie viele, viele Intellektuelle und sozusagen geistige Größen inklusive Freud. Aber wie hat man das wahrgenommen in Österreich und welchen Einfluss hat es auf diese Tage und Wochen 1918? Ich denke mir, ich habe deswegen den Fall, wie Viktor und Friedrich Adler so ausführlich dargestellt, weil das eine der zentralen Forderungen der gewaltigen Streikbewegung wird, die, wie gesagt, mit dem Jännerstreck 1918 absolut eine revolutionäre Dimension annimmt und wo es immer wieder geht um die Befreiung von Friedrich Adler aus der Haft. Das ist ein zentrales Moment, das durchgängig ist. Friedrich Adler hat in dem Prozess, der ein Jahr später stattfindet, mit einer gewaltigen Abrechnung mit der Burgfriedenspolitik der Sozialdemokratie gehalten. Es ist zweifellos so, dass die österreichische, wie auch jede andere Sozialdemokratie zu Beginn des Ersten Weltkrieges eine sehr stark patriotische Linie gefahren ist, als in Österreich hundertprozentig hinter den Kriegsanstrengungen Habsburgs gestanden ist. Das unterscheidet die diversen Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegungen keinesfalls von den Intellektuellen aller Länder. Österreich gibt sogar den Karl Krauss, der als alter Apokalyptiker tatsächlich ein Kriegsgegner ist, aber das ist schon in etwa das Einzige. Wir haben einen großartigen Pazifisten mit Stefan Zweig, der nichtsdestotrotz sozusagen im Kriegspropagandaministerium, im sogenannten Kriegspressequartier, das im Kriegsarchiv untergebracht war, arbeitet. Das heißt, der offizielle Propaganda für den Krieg macht und inoffiziell am Jeremia seinen der zentralen pazifistischen Dramen überhaupt des 20. Jahrhunderts arbeitet. Und in seinen großartigen Memoiren, die wir alle gelesen haben, die uns alle unfassbar beeindruckt und begeistert haben, den Erinnerungen eines Europäers, lässt er diesen Teil der Arbeit fürs Kriegspressequartier dezenterweise unter den Tisch fallen. Aber die Stimmung war danach. Sogar ein Sigmund Freud war einigermaßen kriegspatriotisch und kriegsbegeistert. Er hat auch immerhin vier Söhne im Feld und erst 1915 beginnt er sozusagen über das Monster des Krieges zu schreiben. und entwickelt dann auch die Theorie der Regression daraus. Also diese allgemeine Kriegsbegeisterung ist ein durchgängiges Phänomen für uns. Schwer zu verstehen, aber es geht quer durch alle Eliten. Und erst diese doch sehr seltsame Entwicklung, die dahin geht, dass sich dieser Krieg erstmals in der Menschheitsgeschichte zu einem Maschinenkrieg, zu einem industrialisierten, modernen Krieg entwickelt, mit aberhunderttausenden und Millionen Opfern bei Gebietsgewinnen, die halt dann manchmal so sind wie ein Fußballfeld oder sowas. An der Westfront, wie an der Südfront, wie an der Ostfront. Das ist etwas, was eine völlig neue Dimension eröffnet. Wir haben einiges, also wie heißt jetzt, das Österreichische Staatsarchiv hat einiges versucht vorzulegen in Zusammenhang mit 100 Jahren Erster Weltkrieg, unter anderem Kriegsfotografie und Ähnliches. Ich bin da auf einen wunderbaren Text von Walter Benjamin gestoßen, wo Benjamin sagt, also es geht um, wie so oft bei Walter Benjamin geht es um den Versuch der Erklärung des Faschismus. Und er greift immer wieder auf den Ersten Weltkrieg zurück. Und ein wesentlicher Punkt seiner Argumentation ist, es hat sich die Technik entwickelt, ohne die Gewalt des Sozialen in den Griff zu bekommen. Und es hat sich das Soziale nicht so weit entwickelt, ohne, dass man eben diese technologisch-technische Entwicklung in irgendeiner Form hätte begreifen können. Mit einem Wort, er sagt, die Technologie ist dem menschlichen Bewusstsein vorangehält. Das wäre auch vielleicht, oder ist ja auch schon Thema dieses Festivals, die Beschäftigung mit Zukunftstechnologien und der Frage, ob wir ihrer überhaupt sozial mächtig sind. Aber lassen Sie uns nochmal kurz zurückkehren zu diesem Revolutionsbegriff. Ich als gelernter Österreicher bin ja ganz froh, wenn wir endlich eine Revolution haben, auf die wir dann stolz sein können und sagen, ja, wir hatten auch eine. Aber Sie sind ja im geschichtswissenschaftlichen Feld nicht unumstritten, oder diese These, dass es eine Revolution ist. Also ich kann erinnern, oder auch eine Buchempfehlung aussprechen, das letzte Buch von Pellinker handelt auch von dieser ungewollten Republik, der Republik wie der Willen, und der beschwichtigt in seiner Sicht auf die Dinge fast und spricht davon, dass das halt Österreich passiert ist. Wir sprechen von einem Rest Österreich. Die Kronländer hatten klare nationalistische Bewegungen, wussten, wohin sie wollten, wofür sie einstanden. Und am Schluss waren wir halt alleine da. Und was wäre uns übrig geblieben? Wie sind Sie sich so sicher in diesem Labour-Revolution, so sehe ich und glaube viele im Publikum damit natürlich hochzufrieden nach Hause gehen? Ich gestatten Sie mir noch einmal eine Abschweifung, kommt dann schon wieder zurück. Ich habe mir vor wenigen Jahren einen kleinen rumänischen Film angesehen. Das war eines der besten, größten Filmkunstwerke, die ich jemals gesehen habe. Das konnte ich im Vorhinein nicht wissen. Und das heißt 1106 östlich von Bukarest. Und es geht darum, dass es in einer fiktiven, mittleren rumänischen Stadt, östlich von Bukarest, einen Fernsehsender gibt. Einen lokalen Fernsehsender. Und eine Ortsgröße hat eine Kamera und die wackelt auch unglaublich und Ähnliches und macht Stadtfernsehen. Und jedes Jahr zum Jahrestag werden Zeitzeugen interviewt zur rumänischen Revolution. Und Sie sind sich nicht ganz sicher, ob das eine Revolution war. Und jetzt sucht man nach Kriterien. Und das Kriterium, worauf Sie sich einigen, ist, war man auf der Straße, bevor Ceausescu exekutiert wurde, dann ist man revolutionär. Wenn man auf der Straße nach Thema exekutiert wurde, dann ist man Opportunist. Und es ist ein großartiger Film, weil ganz, ganz viel verhandelt wird. Natürlich auch über Rumänien und das Verhältnis zu Russland. Und ich denke, da geht es tatsächlich dann um, wie definieren wir Historiker Kriterien, wonach etwas eine Revolution ist und wonach nicht. Das ist manchmal sehr willkürlich. Ich denke, wir sprechen hier bitte vom unfassbar beschleunigten Zusammenbruch eines Weltreiches, eines 400-jährigen Weltreiches, innert weniger Tage. Wenn das keine Revolution ist, ich denke, wir waren uns, glaube ich, alle sehr, sehr einig, haben Sie miterleben dürfen, dass nach 60, 70 Jahren Sowjetsystem, wie das sozusagen in sich zerfallen ist, und wir Kartenhaus, dass wir einfach von der Revolution sprechen, im Fall von der Tschechoslowakei, sogar von einer samt einen, das heißt also von jeglicher Absenz von Gewalt, physischer und materieller Gewalt. Insofern denke ich, das ist nicht etwas, was passiert ist, oder das ist nicht etwas, was irgendwie dahergekommen ist, ein Revolution-Schall oder sowas, sondern das ist schon eine ganz, ganz zentrale Zäsur in der Geschichte dieses Staates, nämlich die Reduktion auch wieder auf Wien und die Alpenländer, was wir mal wissen, nicht wirklich zusammenpasst. Und eine sehr undefinierte Identität, für viele war Österreich ja das alte Österreich, ich erinnere nur, Sie werden sich vielleicht noch erinnern an, entweder aus dem filmischen Darstellung oder aus dem Buch Radetzky-Marsch, die letzten Zeilen nach dem Tod von Trotter, kommentiert der Arzt einer der Figuren des Romans. Ich glaube, Sie, also von Trotter und der Kaiser, konnten beide Österreich nicht überleben. Das war die Stimmung im Land, also man wusste gar nicht, mit welchem Gebilde man es hier zu tun hatte. Zum anderen, so wie es bei vielen Revolutionen der Fall ist, folgte auch eine Ernüchterung und eine Reaktion. Die treibenden Kräfte, die dann definierten, was aus der Republik zu werden sollte, waren ja welche, die genauso schon in dem Kaiserreich eine Bedeutung hatten. Ich erinnere an die Lager, das katholische, das sozusagen deutschnationale und das sozialdemokratische. Warum so schnell diese Ernüchterung und warum so schnell auch dieses Zurückfallen in alte Muster, die dann eigentlich auch in Grabenkämpfen endeten und wo man sich sehr schnell auch abgrenzte. Also das katholische Lager hatte dann ab 1934 volles Spielfeld. Die Sozialdemokratie hat sich dann halt für eine Zeit lang im Roten Wien verwirklichen können. Und die deutschnationalen wissen wir ja, wann die dann sozusagen ihre Stunde bekamen. Aber warum ist es da zu keinem wirklichen gemeinsamen Bekommen? War es dann wieder genau dieses Beschleunigte? Hat man sich auch nicht darauf gedanklich vorbereitet, was denn eine Republik sein könnte und werden könnte? Warum so schnell dieses Zurückkehren in sozusagen das Ernüchternde? Herr Zeitinger, zunächst, es gibt ja am 11. November 1918 gibt es eine erste großkoalitionäre Aktion, die sehr, sehr interessant ist. Karl Renner und Ignaz Seipel verfassen gemeinsam die Verzichtserklärung, die Kaiser Karl zu unterschreiben hatte. Das ist ein Stück sozusagen erster großkoalitionärer Aktion. Zweite Sache ist in den durchaus sehr lesenswerten Memoaren von Otto Glöckl. Da kann man die Passage finden, dass der Glöckl sozusagen nicht angerufen wird, sondern über einen Boten erfährt. Er solle sich sofort im Rathaus einfinden, weil wir machen Revolution und wenn es gut geht, werden wir eine Republik nach dem Muster des jakobinischen Staates der französischen Revolution aufführen können, wenn es schlecht geht, werden wir alle hängen. Und ich nehme an, das ist diese Sozialromantik, diese abenteuerliche Stimmung, die diese Zeit insgesamt so sehr stark prägt. Wir haben aber einen wesentlichen Punkt und insofern muss ich natürlich den Anton Pellinker, der einem einer ganz, ganz wesentlichen Lehrer ist, schon Recht geben, nach den klassischen Kriterien, die man an eine Revolution anlegen könnte, die vielleicht sich von der russischen Oktoberrevolution ableiten, ist es das in Österreich nicht, es ist das, was in Budapest passiert. Oder in Bayern, oder? Oder in Bayern, Bayern noch sehr, sehr spezifisch. Aber in Budapest sozusagen haben wir seit, ich würde sagen, seit den ausgehenden Sommertagen, seit August 1918, den Graf Michael Karoli, der in einer kruzischen Tradition steht, auch in der Tradition Kossuths des Jahres 1848 sich versteht. Und Karoli präsidiert sozusagen eine Koalition der Budapester Intellektuellen mit der ungarischen Arbeiterbewegung, die aber allerdings ebenfalls auf Budapest beschränkt ist. Und im Gegensatz zu Österreich, wo es den Sozialdemokraten darum ging, die revolutionären Energien zu kanalisieren in Richtung einer bürgerlichen Demokratie, wird in Budapest plötzlich die Diktatur des Proletariats zur zentralen Forderung, die sich verbindet mit dem Kampf um die historische Integrität des Landes. Sehr, sehr witzig, weil unter Orban diese Phrase von der historischen Integrität des matiarischen Landes wieder eine ganz zentrale Rolle zu spielen begann. So, und dieser nationale Kampf verbindet sich in Ungarn mit dem Kampf um die Rete-Diktatur. Ganz simpel und einfach, also sozusagen Nationalbolschewismus mit sehr, sehr starker Stoßkraft. In Österreich ist die Entwicklung tatsächlich eine komplett andere. Ich denke, auch unter dem Einfluss von Theoretikern wie eben den Karl Renner, der sofort beginnt, nicht nur die Verfassung zu schreiben, sondern die republikanische, demokratische Verfassung zu schreiben, sondern auch eine neue Hymne zu komponieren und zu texten und die Fahne zu entwerfen und überhaupt alles, also das ganze Programm. Und Otto Bauer, der direkt aus Russland kommt, aus der russischen Kriegsgefangenschaft und der bis in die ersten Oktober-Tage hinein in St. Petersburg, ganz, ganz eng sozusagen in den revolutionären Kreisen sich bewegt hat und eine wesentliche Lehre zieht, die er auch sozusagen niederschreibt und an Karl Kautzky schickt und sagt, die Bolschewiken glauben, sie machen französische Revolution, sie ersetzen nur die Guillotine durch das Maschinengewehr. Das ist gefährlich und das ist abenteuerlich und davon wollen wir und müssen wir Abstand halten. Ich glaube, es geht dem Publikum ähnlich wie mir. Wir könnten jetzt noch stundenlang in diesem Gespräch fortführen, aber die Einladung des Festivals ist ja auch, dass Sie sich beteiligen können an Fragen und ich weiß, dass hier sehr viele nicht nur Interessierte, sondern auch in der Materie sozusagen Wissende dabei sind und ich würde mich freuen, wenn Sie einfach Ihren Beitrag leisten und sich zu den vielen Dingen, die wir aufgeworfen haben und wir könnten noch von biografischen Karl Renner selber, glaube ich, könnten wir einige Stunden darüber reden, bis hin zu den Auswirkungen dieser zwei bedeutenden Jahre, die eigentlich Ihren Schluss erst dann mit den Friedensverhandlungen in Saint-Germain finden und wo wir in eine Art nächste Phase der Republik kommen, gefunden haben, auch diese Auswirkungen hinzuschauen. Ich glaube, da ist noch einiges da, aber was interessiert Sie? Es geht eine Kollegin mit Mikro rum, bitte einfach per Handzeichen. Bitte daher in der letzten Reihe und ich glaube, wir machen einfach so. Ich habe gerade gewusst, im Zusammenhang mit der Revolution gibt es immer Kontra-Revolution. Einerseits ist das Bild da, das Zerfall des Kartenhauses, des Habsburgischen Reiches. Wie war das mit Kräften der Kontra-Revolution, der Restauration? Ist das so, wenn die überhaupt verschwunden gewesen wären? Gibt es da irgendwie noch ein paar Hinweise? Und das Zweite wäre noch die Sache, wie war das mit Repressionen? Wir tun ja so, das Polizeiparat hat sich aufgelöst, die Soldaten kamen nach Hause, die Armee hat nicht mehr existiert. Gab es keine Repressionen während der österreichischen Revolution 18, 19? Ich denke, wenn man von einer bestimmten, nämlich dieser Umbruchsphase als Revolution, als Zeit der österreichischen Revolution spricht und das so anspricht, dann gibt es ein klares Ende davon. Das Ende lässt sich tatsächlich auf den Tag genau festlegen. Das ist die Ratifizierung des Friedensvertrags von Saint-Germain. Das ist, glaube ich, ziemlich der Paragraf 2 des Grundgesetzes, des am 12. November erlassenen Grundgesetzes republikanischen, lautet, Deutsche Österreich ist Teil der Deutschen Republik. Man hat also die Erfolgsaussichten dieses Umbruchs sehr stark an einen Anschluss an die Deutsche Republik gebunden aus der Überlegung heraus, dieses Rest Österreich, das da überbleiben wird, wie man das dann ausschaut, ist wirtschaftlich nicht überlebensfähig. Und der Punkt dabei ist, es ist eine Zeit lang wirklich absolut dramatisch. Es ist unglaublich dramatisch in dieser Zeit bis Mitte 1919. Wir haben unter anderem den sogenannten Gründonnerstagsputsch der Kommunisten, sehr stark angeleitet auch von der Ungarischen Räterepublik her. Und da wird beschrieben, wie sozusagen die Pferde der berittenen Polizei, wie die fallen und die Menschen, die Demonstranten stürzen sich auf die Pferde und reißen den nicht mehr lebenden, aber doch noch warmen Kadavern, Fleischstücke raus als Beute. In der gleichen Zeit habe ich gefunden, schreibt der Bürgermeister von Alpern an die niederösterreichische Landesregierung, also so geht es nicht weiter, wir können am Friedhof der Namenslosen niemanden mehr bestatten. Es werden uns die Kreuze gestohlen, es werden uns die Särge gestohlen, es wird die hölzerne Umfriedung des Friedhofs gestohlen, also damit die Menschen irgendetwas zum Einheizen haben und so weiter. Das sind schon objektive und subjektive Rahmenbedingungen, wo man sagt, unter diesen Umständen ist es sehr, sehr schwer, an eine neue Menschheit zu denken. Konkret, denke ich, ist die Analyse von Otto Bauer schon sehr richtig. Eine Rätediktatur in Österreich hätte genau dieselben Chancen gehabt, wie die Rätediktatur in Budapest, ein halbes Jahr. Und das wäre es gewesen, schon weil die Entente und die Alliierten das niemals hätten zulassen können. Was es aber wirklich, dass die ganze elementare und archaische Bewegung umgebracht hat, waren die Bedienungen des Friedens von Saint-Germain und nicht zuletzt natürlich auch die Reparationsforderungen, die erfüllt werden mussten und die jeglichen innenpolitischen Spielraum einfach zerstört haben. Restauration konzentriert sich nicht auf Wien, konzentriert sich interessanterweise auf Budapest nach dem Scheitern der Rätediktatur, versucht, der letzte Karl sozusagen noch zweimal einen Putsch versuchte, aber ziemlich brotschert und ziemlich kläglich angelegt worden. Also wäre auch gegen Horty niemals durchzuführen gewesen. Bevor wir in die nächste Frage gehen und vielleicht noch einen Hinweis oder auch eine Frage damit verbunden, wie viele von Ihnen wissen, wir haben eröffnet die Republik Österreich 2019, 2019 oder 2018 ja das Haus der Geschichte. Sie als oberster Verwalter unseres Erbes, Dokumentenerbes, welches Dokument hätten Sie denn da, wenn Sie sich nur eines aussuchen könnten, im ersten Raum zu diesen zwei Jahren, 18, 19 unbedingt drinnen aus Ihrem Fundus? Das allgemeine und gleiche Wahlrecht für Frauen. Das ist ein wesentlicher Punkt, ja. Das haben Sie auch sozusagen in Ihrem Fundus sehr verändert. Nein, 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 das ist schon wirklich, das ist schon ein zentraler Punkt. Es wird de facto gleich, gleichzeitig erlassen. Es ist eine SDT-Fatalisierung, also das heißt, der Adel wird für null und nichtig erklärt. Und das zweite ist das gleiche Wahlrecht für Frauen, ja. Das waren die wesentlichen republikanischen Forderungen. Fein, bitte die nächste Frage aus dem Publikum. Die Dame da vorne und dann der Herr. Oder das Mikro ist gerade da, bitte. Ich bin ein interessierter Laie. Frage, haben die bestehenden Institutionen aus der Monarchie noch funktioniert und haben diesen Übergang administriert irgendwie oder legitimiert? Ist der Staatsrat regelmäßig zusammengekommen oder in einer Krisensitzung zusammengekommen? Waren Konzepte schon vorbereitet? Also das hätte mich ein bisschen interessiert, wie weit diese Institutionen das durchgemanagt haben. Gleich? Gleich? Oder ich auch nicht. Es ist eine wunderbare, wunderbar bitte unter Anführungszeichen, ja, für den Historiker eine wunderbare Situation, die wir teilweise auch aus der französischen Revolution kennen. Es ist eine Situation der Doppelherrschaft für wenige Wochen. Du hast die sogenannten liquidierenden Ministerien, auch teilweise zu liquidierende Ministerien, die die gemeinsamen Angelegenheiten Österreich und ganz noch verwalten. Also wir haben den damaligen Außenminister, der auch, karkanischen Außenminister, der auch Tagebücher uns hinterlassen hat, ja, der ist völlig, völlig perplex und verzweifelt, weil da kommt jetzt ein Jude in sein Ministerium, der nun dazu ein Sozi ist, ja, das ist der Otto Bauer, der der republikanische Außenminister wird, ja. Also der erfasst das überhaupt nicht, ja, und der agiert auch noch völlig selbstbewusst und sich völlig, völlig klar und bereitet da den Anschluss an die Deutsche Republik vor und was der Teufel ist, also alles undenkbare Dinge. Das heißt, wir haben in der Tat so etwas wie eine administrative Doppelfunktion, wie eine Doppelherrschaft, ja, für kurze Zeit. Das endet mit der Verzichtserklärung Chaos, ja. Wie wohl die liquidierenden Minister noch im Amte sind, das ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Zweite Sache allerdings, alle Kompetenzen des Kaisers gehen auf den Staatsrat über. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr wichtige, wichtige Phase in diesem ganzen Prozess und das geht alles irgendwie um den 11. bis 12. bis 12. November und der Staatsrat unter seinem Vorsitzenden Karl Seitz hat dann sozusagen kaiserliche Gewalt sich angeeignet, ja. Wird dann mit der republikanischen Verfassung natürlich wieder aufgehoben, ja. Danke. Eine Frage zum Bürgerkrieg. Haben Sie die Auffassung, dass die Ereignisse in der Ersten Republik hinreichend und umfassend in der Zweiten Republik bislang aufgearbeitet sind? Ich will jetzt nicht gegen meine eigene Branche sprechen. Das kann ich auch nicht, weil ich denke, so eine Erste Republik ist meines Erachtens hervorragend aufgearbeitet. Ich wüsste nicht, wo noch dramatische Forschungslücken bestehen würden. Erste Republik würde ich einmal sagen bis März 33, ja. Ab dann wird es eine Spur komplizierter. Es ist die Auseinandersetzung mit den Jahren 33 bis 38 hat begonnen, ist nicht besonders weit gedient. Ich würde auch sagen, es ist eine sehr schwierige Materie. Ich denke, was vor allem aussteht, ist eine hinreichende Analyse der Weltwirtschaftskrise und der globalen Spekulations- und Finanzkrise ab 1929. Und die Auswirkungen auf die jeweiligen politischen Systeme, das ist in Österreich dramatisch und fatal, das ist in Ungarn dramatisch und fatal, das ist in Italien dramatisch und fatal. Also es ist eigentlich, wird ganz Europa unfassbar erschüttert. Interessanterweise überstehen es die alten traditionellen Demokratien und Republiken wie Frankreich und England mit schweren Tellen und mit schweren Einbußen ihres demokratischen Potenzials. All sowas überstehen es, während in Deutschland und Österreich die Katastrophe schlechthin ausbricht. Und das denke ich, das ist etwas, was wir uns noch nicht sehr angeschaut haben. Wir machen sehr, sehr viel richtigerweise und unbedingterweise in Erinnerungskultur, in die Aufarbeitung dessen, was wir alle miteinander nicht begreifen können, nämlich die großen Verbrechen seit 1940, wo man eigentlich davor steht und es nicht in ein rationales Erklärungsmuster zu bringen vermag. Das ist ein gewisses Problem. Ich würde sagen, es würde sehr, sehr helfen, wenn man sich die Zerstörung des Zivilisatorischen und des Politischen durch das Ökonomische anschaut. Das würde einem manchmal sehr helfen, aber es steht völlig aus. Also nachfolgend auch einiges an Arbeit an nachfolgende Historiker. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum oder Interesse? Ganz hinten verzeihen. Ja, danke für den spannenden Vortrag. Mich würde interessieren, für mich ist nicht ganz rübergekommen, die Räteregierung. Was ist daran jetzt undemokratischer oder autoritärer gewesen als beim Kabinett Renner 1 beispielsweise? Und nochmal zurück, weil es hier geheißen hat, österreichische Revolution 1918-19. Zum Jännerstreik 1918, den sehr viele als österreichische Revolution auch bezeichnet haben. Können Sie aus heutiger Sicht sagen, woran das gescheitert ist? Also quasi nicht die politische Revolution, sondern die soziale oder sozialistische Revolution? Weil, ja, ich habe ihm bei Roman Rostolski, einem Historiker, der sich mit der Zeit ausführlich beschäftigt hat, nachgelesen, dass er tatsächlich davon spricht, die sozialdemokratische Führung hat das einfach verraten, wollte das niederschlagen. Gleichzeitig sagt Julius Brauntal, mit dem Rostolski viel korrespondiert hat und eben auch Historiker der Sozialdemokratie war, dass eine berechtigte Angst davor gab, dass deutsche Truppen quasi über Österreich hereinfallen würden und es hier im Blutvergießen gegeben hätte. Und deshalb Viktor Adler so agieren musste, wie er agiert hat, nämlich im Namen der Regierung quasi ein Kommuniqué rausbringen, dass hier die Niederschlagung des Streiks, die blutige Niederschlagung angeordnet hat. Mich würde interessieren, jetzt mit der doch hundertjährigen Distanz fast, ja, was man da sagen kann aus historischer Sicht. Danke. Ich denke, bei dem ungarischen Räteexperiment haben wir zu bedenken, dass es mit dieser spezifisch agrarischen Verfassung Ungarns, die einen kleinen, kleinen Schicht der ungarischen Gentry de facto alle Macht zugesprochen hat und niemals mit dem fatalen System gebrochen hat. Bis 1918 hast du in Ungarn eine massiv analphabetische, politisch-apathische Bauernschaft, die jahrhundertelang unterdrückt war in einer Art und Weise, wie wir das bei uns nicht kennen. Und dann hast du plötzlich enorm entwickelte Intellektuelle einer boomenden Großstadt, die plötzlich sagen, so, das ist jetzt die Chance mit diesem rückständigen System in diesem rückständigen Land sozusagen das überwinden zu können. Mit einem Schlag. Die Bauern werden diese Form der Befreiung überhaupt nicht gutheißen und das Scheitern der Räte in der Agrarfrage ist dann tatsächlich auch ihr Tod. Aber das mit Kriterien, die wir heute als demokratisch und republikanisch definieren, ich glaube, das ist auf diese Zeit überhaupt nicht anzunehmen. Es ist die Frage von, kommt Neues in die Welt, können wir Neues in die Welt setzen und wie hat das auszuschauen. Und das ist sehr, sehr schwer, das mit heute, wo wir jetzt wirklich tatsächlich schon auf eine demokratische Tradition zurückblicken können und auf ein gefestigtes demokratisches System, würde ich sagen, sind die heutigen Kriterien sehr, sehr schwer anzuwenden. Das mit Verrat und Nichtverrat, das ist mir zu banal. Das ist ein komisches Geschichtsbild. Das würde ich so einfach nicht akzeptieren. Nein, nein, das geht ja nicht gegen Sie. Ich sage das nur allgemein. Es gibt auf jeden Fall Diskussionsstoff für nachher. Gibt es noch eine letzte Frage? Ansonsten würde ich abschließen. Ich glaube, Herr Professor, das Interesse hier im Publikum zeigt, wie groß eigentlich das Interesse an der Geschichte Österreichs vor allem der letzten 100 Jahre ist. Bei vielen von Ihnen wird es wahrscheinlich auch so gewesen sein, dass der Geschichtsunterricht mit Maria Theresia geendet hat. Das neue Haus der Geschichte Österreichs ist wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung. Wir werden einiges vom Inventar des Staatsarchives dort wahrscheinlich zu sehen haben und wissen jetzt auch, was Sie dort auf jeden Fall hinbringen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank ans Publikum für das gespannte Zuhören. Danke. Applaus Vielen Dank.